Unsere Maria ist etwas Besonderes. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst einen Sohn zur Welt bringen. Setz dein Vertrauen nicht auf mich, sondern auf Gott. Und wo war dann dein Gott, als sie ihre Mutter gesteinigt haben? Er weist du diesem Mann, mit seinem dicken Kopf und seinem harten Herzen, die Ehre für dich und für dein Kind sorgen zu dürfen? Ich bin der König der Judäer! Wenn das Problem Gerüchte sind, über einen angeblichen König, der eben erst geboren wurde, dann gibt es nur einen Weg, um ihnen ein Ende zu machen. Wir müssen hier weg. König Herodes sucht auch den Kind. Er will es umbringen. All dieses wird bald ein Ende haben. Bereitet dem Herrn den Weg! Jesus! 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 Denn wenn der Messias kommt, der wahre Messias, dann müssen wir ihn so willkommen heißen, wie es seiner würdig ist. Er ist nicht mehr dein Sohn. Er ist mein Herr. Tu es, Jorza. Wenn du mich je geliebt hast, töte mich! Töte mich! Schon bald wird kein Mensch mehr von ihm reden. Untertitelung des ZDF, 2020